Jawohl. Jawohl. Ordentlicher Bundeswehrton, wie sich das gehört. Jarvol. Vor allem Jarvol. Das ist dann so kroatisch. Jarvol. Warum kroatisch? Kannst du nicht auch serbisch sein? Könnte auch. Aber das ist schon eher so Balkan. Jarvol ist schon irgendwie Balkan. Ja, das spricht jetzt nicht gegen Serbien. Nö. Also, wenn mich meine geografischen Kenntnisse nicht täuschen, liegt das sehr wohl auch noch auf dem Balkan. Ja, nee, sag ich doch. Also, egal, jetzt, Hauptsache Balkan. Wir Deutschen haben gerade ein schwieriges Verhältnis zu Kroatien. Wir haben da so einen Fußballer, der, weißt du? Hammer? Wir haben einen Fußballer, der, hä? Faschistoide Lieder singt. Hammer. Ah. Einer, der den Ball in die Hand nehmen darf beim Spiel. Ja. Ach, Leute, wisst ihr was? Fußball ist, äh... Hast du nicht mitbekommen? Nee? Hä? Nee? Manuel Neuer war... Ach, ach, ah, okay, ja. Und hat irgendwelche Fascholieder gesungen, ne? Jo. Serbische? Kroatische. Kroatische, ah. Okay, okay. Ja, naja, wie das halt so passiert, ne? Ich meine, kommt jemand zu Besuch und dann sagst du, sing mal von der... Hier, wie heißt das hier? Von der Memel bis zur irgendwas. Wer kennt's nicht? Wenn man's halt so macht. Kroatische, ah. Ich bin ja, wie heißt das hier? 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 Wow. Was war das für eine Sprache? Ich muss kurz, das klang so ein bisschen russisch, aber... Soll ich nochmal abspielen? Ich verstehe es ein bisschen, verdammt, was ist denn das? Das ist kein russisch, das ist kein russisch. Das ist kein russisch, das ist vollkommen korrekt. Ja, es ist irgendwas mit dem Balkan. Nein. Nee? Kroatisch vielleicht, hätte ich gedacht. Polnisch ist es auch nicht, dazu ist es zu weich. Ich weiß nicht, ob es vielleicht... Ich würde sagen, also Karol hat, wie jetzt angesprochen in der Einleitung, also herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Mein Name ist Elias und an meiner Seite heiße ich ganz herzlich Karol willkommen. Karol habt ihr jetzt schon hören dürfen. Bisher am Schweigen war Olli und den möchte ich jetzt auch ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Folge. Hallo Olli. Moin. Also ich kann es gar nicht entziffern. Rutsch nicht, war das schon. Entziffern, ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Komm, löst mal auf. Ja, was das so zu sagen hat und wieso ich das fände. Also eigentlich wollte ich eine andere Sprache einleitend abspielen, die aber der Google-Übersetzer nicht vorlesen kann. Also durftet ihr jetzt die andere wichtige Sprache hören. Die Folge heute würde heißen, die Geschichte Litauens im Mittelalter oder wieso Litauen plötzlich in der Ukraine lag. Ich habe doch, ich habe noch überlegt, ob es weißrussisch oder sowas ist, aber das klingt auch... Okay, alles klar. Ukrainisch. Ja, 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 ja. Okay. Litauisch wollte mir Google-Übersetzer nicht vorlesen. Und mein Litauisch ist so schlecht, dass ich das hier nicht zum Besten geben wollte. Warum Litauen in der Ukraine lag? Ja. Okay. Also ich weiß nicht, wie gut eure geografischen Fähigkeiten sind, aber eigentlich, so wenn man sich eine Karte vor die Augen ruft, liegt Litauen nicht in der Ukraine. Ja, das ist natürlich korrekt, richtig. Aber irgendwie auch nicht weit weg. Da liegt Weißrussland dazwischen. Ja, Weißrussland doch, das ist doch, ach, Weißrussland. Okay, stimmt, ja, Weißrussland ist, ja. Wir haben in Folge 7 schon etwas zur Moskauer Ruß hören dürfen und im Rahmen dessen auch zur Kiewer Ruß. Könnt ihr euch daran vielleicht erinnern? Natürlich. Daran werden wir heute auch nochmal ein bisschen anknüpfen, ja, so um den anderen Entwicklungsstrang nachzuverfolgen. Bevor wir das aber tun, würde ich sagen, Karol, was haben wir denn eigentlich in der letzten Folge besprochen? Das ist gemein. Fuck, ich muss schnell gucken, weil, was war denn, was war denn die 84 war, äh, wir haben, wir haben eine Plauderstunde, äh, oder? Das ist normalerweise immer, wenn wir eine normale Stunde auf, äh, normale Folge haben, kommt er vor die Plauderstunde. Ja, ja, ach, lass mich doch. Ich frage nur, welcher? Lass mich doch in Ruhe, ich gucke schnell einfach, das ist doch, ich weiß es da auch nicht mehr, Mann, ja, so, wir produzieren am laufenden Bande und, äh. Olli kann ich nicht fragen, weil der war nicht dabei. Ja, aha, aha, aha. Da haben wir es. Das ist ein interessanter Hinweis. Ah! Zur Ehrenrettung von Karol muss ich tatsächlich sagen, dass wir momentan durch Vorproduktion, wegen Urlaub, etc. bei den Folgen etwas hin und her springen und jetzt schon ein paar Folgen vorher aufgenommen haben, um jetzt wieder was dran zu setzen und sagen wir mal so, unsere Chatverläufe sind momentan eher so, äh, was für eine Folge wird das nochmal, was für eine Nummer wird die haben und irgendwann sind wir so durcheinander. Also, das ist vollkommen normal. Wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste die letzte gewesen sein zwischen uns beiden, die Plauderstunde zu den stürzenden Denkmälern. Ja, die Plauderstunde zu den stürzenden Denkmälern, das ist richtig, aber ich wollte jetzt eigentlich Bezug nehmen auf die letzte reguläre Folge und das hat mir Probleme bereitet. Das war nämlich die Folge 83 und da war aber Olli definitiv dabei und auch Flo und wir haben viel gelacht, wir haben viel gelacht und gegähnt und überhaupt. Ja, und uns ein Bart gepflegt. Was haben wir? Weil schlechte Witze haben lange Bärte und sowas. Ah, ja, okay, doch so ein Karlauer. Okay, ja. Mein Vater sagte dann, sagte dann immer den Satz, aus dem Keller ertönt das monotone Geräusch der Bartwickelmaschine. Ja, okay, ja, Bartwickelmaschine ist ein schönes, ist ein schönes Wort, Bartwickelmaschine. Sowas hat es bestimmt, ja, ich denke auch sowas gibt es bestimmt oder hat es gegeben, oder? Bartwickel. Naja, ich denke so zu Kaiserszeiten vielleicht, weißt du, da haben die sich da reingesetzt und haben dann ihre Schnurrbärte über die Bartwickelmaschine gelegt und dann ging es. Das wäre dann eher ein Bartwickler, oder? Ach nö, die haben das bestimmt so mit Kurbel gemacht, so ganz langsam. Dann hatten die so wunderschöne Zwirbelbärte. Nun gut, also die 83 war über Humor, Pointen und Karlauer und dann kam die Plauderstunde und da haben wir über stützende Denkmäler gesprochen. Sehr aktuell, ausnahmsweise mal, aber eigentlich passen für uns schon ein paar Wochen wieder zu spät. Ja. Weil aktuell können wir nicht. Nee. Und im. Ist Geschichtspodcast, also. Ja, ja. Und wir haben hier noch die Möglichkeit, uns bei jemandem zu bedanken, oder? Nicht nur die Möglichkeit, wir haben die Pflicht, uns zu bedanken. Wir möchten uns vielmals bei unserem Zuhörer Jan bedanken, der uns mit einer Spende beglückt hat. Dafür vielen Dank für deine Wertschätzung. Wir wissen das ebenso zu schätzen und werden unser Bestes tun, dich nicht zu enttäuschen. Und dir und natürlich auch den anderen ZuhörerInnen, die sich vielleicht dadurch motiviert fühlen, auch eine kleine Spende dazulassen, viele amüsante, nachdenkliche Stunden an Hörgenuss zu bieten. Genau, das ermöglicht, dass uns einfach die laufenden Kosten, die so ein Podcast eben nur mal hat, auch zumindestens decken zu können. Und damit wir weiter hier kostenlos mehr oder weniger gute Unterhaltung bieten können. Genau. Entsprechend dieser Folge heute also Spasiva. Also so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, was das Litzauische äquivalent wäre. Ja, also wir hatten gehört von der Moskauer Russe, von der Kiewer Russe und wir hatten dann von dem Mongolensturm im 14. Jahrhundert etwas gehört. Und dass dann ja diese Russe oder die Kiewer Russe zerfiel und in ja mehrere kleine Fürstentümer zerfällt. Eins davon in Moskau, aber es gibt noch Tver, Novgorod, Raya-san und wie sie alle heißen, Pskov. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen heute. Das ist jetzt nur, damit ihr euch vorstellen könnt, auf was für eine Zeit wir ungefähr stoßen. Und in dem Ganzen entsteht jetzt ein Machtvakuum. Also da hat ja früher die mächtige Kiewer Russe geherrscht von der heutigen Grenze Ungarn zu, was ist denn da, Moldau da, die Gegend, bis oben nach, ans Uralgebirge von Ostsee bis Schwarzes Meer war die Kiewer Russe und die zerfällt und es gibt sein Machtvakuum. Und in diesem Machtvakuum gibt es natürlich Platz für neue Königreiche. In der Eurasischen Steppe leben ja immer noch die Mongolen und üben eine, naja, Herrschaft aus über die Gebiete der Russe, die mehr oder weniger direkt ist. Die sich nun gründeten neuen Reiche mussten mehr oder weniger häufig oder lang zum Kahn nach Sarai gehen und sich dort legitimisieren lassen. Also die Moskauer Großfürsten haben dies ja noch getan bis ins 15. Jahrhundert. Das war aber auch jetzt nicht immer so, dass es einen Titelträger gab oder so für einen Titel, sondern die Kahn haben da auch mal gerne zwei Leute mit denselben Titel gegeben und dann durften die das untereinander auskämpfen und wer dann als Sieger rauskam, war dann der neue Anspruchgeber oder der neue Inhaber dieses Throns. Zum wichtigsten Nachfolger dieser Kiewer Russe wurde das Großfürstentum Litauen. Und über das möchte ich dann heute doch reden. Beziehungsweise die Entstehung, also wie das Ganze ins Leben kam und welche Verbindung es zu Polen gab und weshalb das in meinen Augen ein sehr vergessenes Großreich war. Aber warum, sehen wir dann später. Also ungefähr vom heutigen Litauen oder besser gesagt der Gegend um Vilnius ausgehend, gelang es zu Beginn noch die noch heidnischen Litauer, zuerst Weißrussland und schließlich auch die heutige Ukraine zu unterwerfen. Wobei Vilnius, die Stadt und Hauptstadt auch des modernen Litauens, erst eine Gründung durch einen Fürst, der Litauer um 1323 war. Also wir haben es, im Endeffekt haben wir ein litauisches Reich von Ostsee bis ans Schwarze Meer unten. Also mit Kiew, mit Vilnius, von der, ich sage immer, Ukraine Stadt Ungarn, von Ungarn bis Russland. Smolensk sagt euch zum Beispiel was, oder? Sicher. Smolensk war eine litauische Großstadt. Aber zurück zum Anfang. Nach einer kurzen Episode eines losen Königreichs unter Mindaugas, der erste litauische König, im 13. Jahrhundert, lebt im 14. Jahrhundert unter dem Großfürsten Gidiminas und seinen Söhnen Algirdas und Kistautis, eine Expansion in Richtung Südenstadt. Der König des 13. Jahrhunderts, Mindaugas, der war schon zum Christen zum Übergetreten und war ein Abhängigkeitsverhältnis mit dem Deutschen Orden und Lüffland eingegangen. Sagt euch der Deutsche Orden irgendetwas? Ja klar, also darüber haben wir in jedem Falle ja in der Kiewer-Russ-Folge auch gesprochen. Und der Deutsche Orden war irgendwie, ist das jetzt Polen? Ja, also Polen. Ja, ja. Marienburg, die größte Burg Europas. Ja, ja. Und die scheinen ja irgendwie, ja, also die scheinen ja nicht ohne gewesen sein. Also im Grunde genommen waren das Kreuzfahrer. Also war ein Orden wie die Templer, die dann den Auftrag bekommen haben, die Heiden zu im Osten zu konvertieren mit dem Schwert. Und dann haben sie sich dort eine kleine Regionallmacht aufgebaut. Es gibt dann zwei Teile des Ganzen. Das ist einmal der Deutsche Orden und der Lüfflandische Orden. Lüffland ist dann oben bei Estland und Lettland. Und der Deutsche Orden sollte später dann zerkularisiert werden als Preußen. Und dann kommen dort die Hohenzollern und werden Könige in Preußen und dann Preußen und so weiter. Ist die Keimzelle, wenn man das so sagen kann, des Königreichs Preußen. Das waren also die beiden Nachbarn am Meer und es gibt noch das Königreich Polen. Und nach dem Tod von Mindaugas, an dieser Stelle sei man noch darauf hingewiesen, ich lese jetzt die Namen in einer für mich entschiedenen Form vor. Aber es gibt sie in litauischer Form, in russischer Form, in polnischer Form, in deutscher Form. Ich habe mich jetzt einheitlich für eine Form entschieden und es gibt ganz viele Schreibweisen, Aussprachweisen und, und, und. Ich habe mich jetzt so dazu entschieden, aber falls man den etwas anders liest, dann ist das immer noch derselbe Typ, aber andere Schreibweise. Auf jeden Fall nach dem Tod von Mindaugas zerspiel die litauische Zentralmacht noch einmal und das Christentum verschwand wieder für mehrere Jahrzehnte. Die nächsten Jahrzehnte waren dann geprägt von lokalen Mächten und heidnischen Herrschern, die um die Macht über Litauen rangen. Ende des 13. Jahrhunderts trat dann ein neuer Anwärter um die Macht in Litauen auf den Plan. Fythenes. Bis zu seinem Tod 1315 oder 1316 konnte er die litauischen Fürsten unter seiner Herrschaft einigen. Sein Bruder und seine Söhne sollten dann die Expansion vorantreiben. Die nun herrschenden litauischen Könige aus dem Geschlecht der Gidimiden sahen sich als Nachfolger der Rus und damit einherging auch ihr Herrschaftsanspruch, den sie wie folgt sahen. Omnis russia ad letvinos dabaret simpliciter pertinere. Oder auf Deutsch, die ganze Rus sollte einfach den Litauen gehören. Oh ja, das ist natürlich, ja, ne, das ist ein knalliger Satz. So ein bisschen wie make America great again, ja. Möglich geworden war der Aufstieg Litauens ja durch die Schwäche der goldenen Horde. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal in diesem Podcast hören dürfen. Und die wird uns wahrscheinlich auch noch ein paar Mal über den Weg laufen, aber die schwächelte. Und in die schwäche Phase drangen dann die Litauer ein und auch die Moskauer. Dort war 1341, also in der Horde, der Khan-Uzbek verstorben. Und nachdem hatte die goldene Horde eine letzte Blütephase erlebt. Jedenfalls gelang es den litauischen Großfürsten nach und nach, Teile der alten Kiewer Rus wieder zusammenzusetzen. Zumindestens die in der heutigen Ukraine gelegene Teile. Auf Vytenis war sein Bruder Gediminas gefolgt. Gediminas konnte dann das Fürstentum Smolensk unterwerfen, kam aber gleichzeitig im Besten auch in den Kontakt mit dem mächtigen Königreich Polen. Mit diesem sollte es dann in den nächsten Jahrhunderten noch eine eng verworbene Geschichte geben. Aber dazu später mehr. Bei seinem Tod war Litauen zu einem mächtigen Staat geworden. Beziehungsweise Königreich und Staaten zu dem Zeitpunkt zu reden, ist ein bisschen früh. Unter seinen Söhnen sollte es noch weiter wachsen. Er wurde auch zum Namensgeber der Dynastie, der Gedimiden. 1362 konnte die Goldene Horde besiegt werden. Der erste Sieg gegen die Mongolen. Und der Sohn Gediminas, Algirdas, zog in Kiew ein, der alten Hauptstadt der Rus. Und damit traten die Litzauer letztendlich auch das Erbe der alten Rus an. Doch das ja eigentlich noch junge Reich war nun umgeben von Feinden. Also fast rundum. Im Norden bedrohten sie der Deutsche Orden, der 1410 in der Schlacht von Tannenberg besiegt werden konnte. Im Osten erstarkte das Großfürstentum Moskau, das spätestens nach 1480 gleichfalls ernsthafte Ansprüche auf die Nachfolge der Herrschaft der Rus anmeldete und zum ärgsten Rivalen der Litauer werden sollte. Im Südosten drohte trotz der Schwäche der Goldenen Horde stets die Tartarengefahr. Sei es nun von der Goldenen Horde oder später den Krim-Tartaren. Und fast jährlich fielen die Tartaren in Litauen ein und plünderten und verwüsteten die Region. Im Süden sollten sich alsbald die Osmanen formieren, die dann auch langfristig gesehen auf die Schwarzmeerküste Ansprüche erhoben, insbesondere auf die Regionen Bessarabien und Ackermann. Und einzig im Westen hatte man, also zumindest meist, einen Verbündeten, nämlich das Königreich Polen. Die Verbindung der beiden Reiche war zwar nicht immer freundschaftlich, insbesondere aufgrund dessen, dass die Großfürsten von Litauen zu Beginn immer noch heidnischer Glauben waren. Doch spätestens im 15. Jahrhundert werden sie, wie wir sehen, eine enge Verbindung eingehen. Die Bevölkerung des Großfürstentowns Litauen war ein wilder Mix verschiedener Religionen und Ethnien. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man das heute sieht. Litauen war ein locker organisiertes Vielvölkerreich. Die Litauer selber, also die Ethnie der Litau, lebte eigentlich nur im Baltikum. Des Weiteren gab es noch eine Vielzahl weiterer Volksgruppen, die auch verschiedenen Religionen anhingen. Es gab Orthodoxe, Katholiken, Heiden und Moslems. Die politische Führungsschicht waren aber die Litauer. Und der Großteil der Bevölkerung hing dem orthodoxen Glauben an und waren Ostslawen. Und das sollte das Land auch maßgeblich prägen. Die Kanzleisprache war Ostslawisch, beziehungsweise das Ruthenische. Und die Literatursprache war das Kirchenslawisch. Litauisch selber war keine Schriftsprache zu dem Zeitpunkt. Das sollte sich erst später entwickeln. Das heißt, in welcher Sprache haben sie geschrieben in der jeweiligen Region? Ach, okay. Genau, das ist auch mit, was ich mich momentan selber rumärgere. Ich schreibe meine Masterarbeit über diese Zeit. Und Ruthenisch ist witzig. Weil? Naja, das ist halt ein wilder Mix aus den modernen Sprachen, beziehungsweise die modernen Sprachen haben sich daraus entwickelt. Also dieses Ostslawisch, das Ruthenische, das Kirchenslawische. Ja. Das ist so der Ursprung für halt Weißrussisch, für Russisch und für Ukrainisch. Und wie sieht das Schriftbild aus? Ungefähr so das Kirchlich, was du kennst, mit noch mehr Buchstaben. Uiuiuiui, okay. Also die haben zum Beispiel noch, wie war das, zwei Fs statt momentan nur noch einem F. Oder drei Fs irgendwie so. Also es gibt einfach mehr Buchstaben, die sind dann irgendwann nach und nach abgeschafft worden, weil sie eigentlich denselben Laut darstellen. Und ja, deswegen hat sich das dann, ich weiß nicht, wie viele Buchstaben es momentan noch im Russischen gibt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich muss gerade mal schauen. Ich hatte gerade 24 im Kopf, aber das ist reingeraten. So, warte mal, Russisch hat auf jeden Fall 33, Russisch hat 33 Buchstaben. Also das russische Alphabet. Ja, aber ist das schon nach oder vor? Nein, 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 natürlich nach der Reform. Hat er da vorhin noch mehr? Na, das weiß ich nicht. Warte. Ich konnte ja noch zählen. Ich hoppe hier meine Kabelblätter. Ich musste ja jetzt lernen. Also wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs. Es wäre fast logisch, dass es mehr sind, ne? Vor der Rechenschaft. 31, 32, 33, 34. 35, 36, 38. Ich habe, glaube ich, nicht alle im Endeffekt aufgeschrieben, aber ich habe es 38. Ich glaube, ich habe zwei, drei ausgelassen. Gut, ja, das nur als kleiner Side-Fact. Genau, das ist dann das Ruthenische, beziehungsweise das Kirchenslawische. Ist nicht das eine, dass dasselbe, aber ungefähr die damaligen Sprachen. Und durch den dauerhaften Kontakt mit dem Deutschen Orden waren viele offizielle Dokumente auch auf Deutsch. Okay, und hier würde ich auch gerne ein Beispiel eines Briefes anbringen von einem Wittbold, einem der Großfürsten. Von einem, was hat er gesagt? Witzbold? Und zwar handelt es sich jetzt um einen Brief von 1504, der da geht, wie folgt. Unser frundlichen lieben Vatern und Bruders Botschaft anbringen, ist kurzlich auf diese Meinung angefährlich gewesen, dass sie gebeten königlich. Wird uns des Schweden Aids jetzt wann und vor dem Vortrag der Friede auf Gericht erlassen wollen, angesehen, dass wir denselben an Beschwertung unserer Gewissens und unserer fürstlich Ehre nicht wohl tun möchten, dann alles dasjenige, das ziemlich und billig wäre, würden wir uns an Zweifel zu tun nicht widdern. Das ist ein Brief von 1504, der Litzauer Großfürsten. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das ist schon krass, ne? Also, ich glaube ich, ja. Also, es ist Wahnsinn, wie sich Sprachen entwickeln. Wah, krass. Okay, spannend. Ja, das ist, äh, war ich auch etwas überrascht. Ich habe mir das ausgeliehen bei uns in der Bibliothek, weil ich halt wegen Golden Horde und so weiter, und dann schlage ich das auf und sehe deutsche Urkunden. Da dachte ich mir auch so, hm, das ist irgendwie falsch. Aber nein, es war richtig. Doch kehren wir jetzt mal zurück zu den Söhnen von Gediminas. Nach dessen Tod regierte ja sein Sohn Algirdas und sein Sohn Kestautis 35 Jahre lang gemeinsam über Litauen. Kestautis war für die Westpolitik Litauens verantwortlich und Algirdas wiederum für die Ostpolitik des Reiches. Wir haben das also unter sich aufgeteilt. Auch selten in der Geschichte. Stimmt. Kestautis rieb sich im Kampf gegen den deutschen Orden auf und musste auch gegen das polnische Königreich seine Ansprüche verteidigen. Zu dieser Zeit war die Verbindung mit Polen nicht so besonders gut. Auch aufgrund dessen, dass die beiden Großfürsten noch heiden blieben, keine Christen waren. Zahlreiche Angebote der christlichen Nachbarn zur Konvertierung lehnten sie ab. Die Zugeständnisse und die damit einhergingen, gingen ihnen nicht weit genug. Die beiden Brüder erhofften sich weitgehende Zugeständnisse des Ordens und Polens im Austausch für ihre Konvertierung. Also, der Glauben kann da jetzt nicht so ernst gewesen sein. Das klang ja schon sehr nach berechneter Machtpolitik und nach wenig überzeugtem Glauben. Aber einige Familienangehörige von Kestautis und Algirdas konvertierten nun zum katholischen Glauben. Sowieso ist es wichtig zu betonen, dass die Litauer Großfürsten nie repressiv gegenüber Andersgläubigen auftraten. Die Christen konnten ihren Glauben trotz der heidnischen Religion ihrer Fürsten stets frei ausüben. Der Großfürst Algirdas hingegen konnte im Osten die Grenzen Litauens immer weiter vorantreiben und betrieb insgesamt eine sehr erfolgreiche Politik und eine erfolgreichere als sein Bruder Kestautis. Aber im Sommer 1377 verstarb Algirdas und auf sein Wunsch folgte ihm sein ältester Sohn aus zweiter Ehe Jagialo nach. Hier könnten manche, die sich mit Polen auskennen, vielleicht schon stutzen, Jagialo. Aber dazu später. Kommen wir. Zu Beginn arbeitete Kestautis und Jagialo noch ohne Probleme zusammen. Aber, ich sag jetzt schon aber, als Ball sollte es dann zum Zwist zwischen den beiden kommen. 1380 schloss Jagialo einen Geheimvertrag mit dem deutschen Orden gegen Kestautis ab. Ach du Scheiße. Nachdem dieser davon erfuhr, kam es im Folgenden dem Ohrheim und dem Neffen. Doch lange überlebte der in die Jahre gekommene Kestautis diese Auseinandersetzung nicht. Kaum ein Jahr später wurde er in einer Burg nahe Wilna ermordet. Sein Neffe Jagialo war nun Alleinherrscher über das Reich der Litzauer. Was ist zu dem Tod von Kestautis zu sagen? Ja, er wurde halt in seiner eigenen Burg ermordet. Von wem? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Einem Anhänger von Jagialo, der sich da eingeschmuggelt hat. Ach so, der ist also nicht jetzt zufällig irgendwie aus dem Fenster gefallen oder so? Ne, ne, das war schon sehr offensichtlich. Das wusste jeder, was das ist. Und noch im selben Jahr öffnete sich für den jungen Fürsten eine einmalige Gelegenheit. König Ludwig von Ungarn, der nach 1370 auch die polnische Königskrone getragen hatte, war gestorben und hatte zwei Töchter hinterlassen. In Ungarn wurde die ältere Maria zur Königin erhoben. Ihr Mann wurde dann Sigismund. Doch der polnische Adel weigerte sich Maria anzuerkennen, sondern wählte die jüngere Tochter Ludwigs Hedwig bzw. Jadwiga zur polnischen Königin. Eigentlich war Jadwiga ja schon mit dem Herzog Wilhelm von Österreich verlobt. Das hinderte die Mutter jetzt aber nicht daran, Verbindungen zu Jagialo aufzunehmen. Nach einigem Hin und Her kam es dann 1385 zum Vertrag von Grewo und Jagiello heiratete Jadwiga und wurde König von Polen. Seitdem waren die Geschicke Litauens und Polens für vier Jahrhunderte miteinander verbunden. Es war dann ein Reich von der Grenze Deutschlands, also Brandenburg, bis Smolensk. Bis Pskow, also bis zu den russischen Ländern. Von der Ostsee bis runter zu den Ungarn, den Osmanen und den Krim-Tataren. Ja, das hat sich doch mal ausgezahlt, nicht? Das war doch mal ein Deal. Und hat er jetzt alles unter seinen Fittichen gehabt, oder wie? Wie meinst du? Also er hatte Polen und Litauen. Er war in Personalunion, König in Polen und Großfürst in Litauen. Ah, okay, okay. Und seitdem sprechen die modernen Historiker eigentlich auch von Polen in Litauen als ein Land. Also das meint in etwa, dass die beiden Herrschaften existierten weiter. Es gab jeweils ein Parlament zum Beispiel in Polen, also es war ein Adelsparlament, es war ja eine Adelsmonarchie. Und in Litauen sah das ein bisschen anders aus. Es gab immer noch die Verwaltungen für die beiden Königreiche. Es gab eigene Gesetze, eigene Verwaltungsämter, eigene Richtlinien und so weiter. Aber die wurden halt beide vom selben Monarchen ausgefüllt. Klar, verstehe. Zwei verschiedene Reiche, also quasi ein Doppelstaat. Wie wenn Angela Merkel auch noch in Frankreich... Die Schweiz, die ist direkt nebenan. Das ist besser als Frankreich. Also Frankreich ist nebenan, aber das ist ja ein anderes Volk, das geht da nicht. Das ist, die sprechen... Die Partitionen müssten eigentlich österreichisch werden. Ja, oder österreichisch, ja, ja, genau. Gut, ja. Kennt ihr noch eine andere Personalunion zufälligerweise? Naja, also mir fällt da jetzt ad hoc tatsächlich... Also es gibt ja tatsächlich viele Könige, die verschiedene Reiche unter sich... Also ich, warte mal, also Böhmen, naja gut, war das doch Böhmen, Sachsen, 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 Böhmen, Polen, das war doch alles eins. Also beziehungsweise... Es gab mal, wie heißt er, den Starken, Ernst, der Stark oder so, von Sachsen, der auch König von Polen war? König von Polen, ja klar, genau, genau, genau. Das war aber nur kurzfristig, also Polen, schon mal, als Vorgriff, Polen war halt immer eine Wahlmonarchie. Wir hatten immer dieses starke Adelsparlament und es wurde immer stärker und hat sich halt irgendwann irgendwelche Marionetten aus dem Ausland geholt, die halt für ein bisschen Prestigekönig werden wollten. Und so konnte man sich halt wählen lassen. Das war halt einmal Ernst, glaube ich, Ernst von Sachsen. Aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Ach du, wüsste, ich wüsste, ist es das Schlimme? Ich komme aus Sachsen und es gibt hier so viele Auguste und Ernste und Ludwige und die waren alle immer irgendwas. Aber das ist, ja, war ja nicht unüblich damals, stimmt tatsächlich, ja. Also Polen gerade... Böhmen war halt Habsburg. Ja, ja, okay. Österreich-Ungarn, zählt das auch? Natürlich. Ja, stimmt, natürlich. Das ist ja ein Paradebeispiel. Österreich-Ungarn, natürlich, freilich. Also die Österreicher haben das ja sowieso per excellence vorangetrieben. Also es gab Zeiten, da hatte Österreich, also die Habsburger hatten Ungarn, sie hatten Kroatien, sie hatten Böhmen, sie hatten Spanien, sie hatten dann noch andere. Also das, ich durfte ja schon mal, also das steht ja, in einer Urkunde müssen ja alle Titel drin stehen. Und dann liest man 10 Minuten. Und das waren die großen Wiesenkarte. Genau, die nur diese Titel, diese Leute von Habsburg vorher, weil die jetzt Niederlande, also Proband und so. Ja, 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 genau, genau, ja. Also den Verwaltungsaufwand will ich nicht haben. Aber Spanien ist zum Beispiel eigentlich sehr lange eine Personalunion gewesen. Also Spanien war halt das Königreich Kastilien und das Königreich Aragon. Ah, ja. Ja. Dann gibt es zum Beispiel Großbritannien, das ist ja England, Schottland und so weiter. Stimmt, ja. Also Personalunion spielten in der Geschichte eine wichtige Rolle. Witzig finde ich zum Beispiel, obwohl das war glaube ich keine Personalunion, da war nur ein Wittelsbacher. Wittelsbacher sind ja die von Bayern, die waren mal König von Griechenland. Ja, okay. Und während des ersten Weltkriegs, glaube ich, wurde auch irgendeiner in Finnland zum König, ein Deutscher. Egal. Man sollte besser vorbereitet, wenn man sowas anfängt. Es gab, glaube ich, sogar mal einen König von Amerika oder so. Aber den haben sie schnell eingebuchtet nach ein paar Tagen. Das ist eine andere Geschichte. Der hat sich selbst, glaube ich, zum König ernannt. Bei unseren Kollegen von Zeitsprung danach zuhorschen. Jawohl, genau. Richtig, ja. Aber kehren wir mal zurück zu diesem neu geschaffenen Königreich. In einem Vertrag wurden noch weitere Punkte festgehalten, die jetzt diese neue Union betreffend waren. Etwa, dass die Litauer Großfürsten zum lateinischen Christen zum Konvertieren und das Königreich Polen einige verlorene Gebiete wieder erlangte. Durch dieses Bündnis entstand ein Reich, das sich eben zwischen dem heutigen Deutschland, im Westen, Russland im Osten und Ungarn im Süden erstreckte. Jagiello machte sich alsbald dann auch an die Verwaltung seines neuen Königreichs und gewann viele an Ungarn verlorene Gebiete für Polen zurück. Also es war dann eine Zeit der Blüte für Polen. Und, naja, auch das seit langem nahezu unabhängige Fürstentum Masowien wurde er wieder der polnischen Krone unterstellt. In Litauen wiederum installierte Jagiello eine breit angelegte, initialisierte Jagiello eine breit angelegte Christianisierung. Dabei ging er aber auch gegen die orthodoxen Christen in seinem Reich vor. Er verbat beispielsweise Misch-Ehen zwischen lateinischen und orthodoxen Christen. Und damit trieb er auch einen Keil zwischen den neukonvertierten Litauen und den orthodoxen Bevölkerungen im Osten des Großfürstentums. Also die orthodoxen wohnten vor allen Dingen in der heutigen Ukraine. Die Christen, also die katholischen Christen wiederum eher im heutigen Litauen. Ist ja auch heute noch ungefähr so. Aber Jagiello gab auch Teile seiner Macht im Großfürstentum Litauen ab. Er teilte das Reich unter seinem Vetter Witbold und Skirgal, um so das Land besser regieren zu können. Das ist ja ein Riesengebiet, um das halt dann eher zu kontrollieren, eben diese Aufteilung. Doch leider konnten sich diese drei Giedemiden untereinander nicht so besonders gut ausstehen. Warum es dann immer wieder zum Konflikt zwischen diesen drei dann kam? Das sind ja alles jetzt Verwandte, das ist die Familie der Giedemiden. Und naja, es kam dann aber irgendwann zur Aussöhnung zwischen diesen drei Verwandten. Und nach dem Tod von Skirgal 1397 konnte dann Witbold alleine die Herrschaft in Litauen übernehmen. Und nach der Versöhnung begann er sich doch relativ schnell wieder von Jagiello loszusagen. Doch nach einer vernichtenden Niederlage gegen die Goldene Horde und Zugeständnisse durch Jagiello versöhnten sich die beiden Herrscher wieder. 1404 schlossen die beiden dann einen Vertrag, der zwar bestimmte, dass Jagiello weiter Großfürst von Litauen sein sollte, aber Witbold die Regierungsgewalt erlangte. Aber, Karol, da ich ja weiß, dass du des Polnischen ein bisschen besser mächtiger bist und ich weiß, dass ich jetzt mit Jagiello die deutsche Variante benutze, kannst du uns zufälligerweise sagen, wie denn die polnische Aussprache wäre? Ähnlich, ähnlich. Statt dem L, das wir da bei Jagiello hören, ist es ein langgezogenes W, Jagiewo. Aber auch das ist nur Hören, Sagen, ich bin ja, also ich meine, dass das so ausgesprochen wird und hoffe, dass es richtig ist. Und eine weitere Ausschreibweise, die ich noch gesehen habe, ist Jagiello. Das wollte ich jetzt an dieser Stelle nicht immer sagen. Ja, das ist nicht besser. Jagiello ist besser. Also, ja. Okay, Großfürst und Ballermann. Jagiello. Okay. Aber zurück zu unserer Situation. Der Witbold, a.k.a. Witzbold, wie ihr häufig schon verstanden, hatte jetzt die Regierungsgewalt in Litzau und Jagiello, Jagiello war weiter König von Polen. Aber, wie es hat der großen Königreiche, kommt der nächste Konflikt. Und zwar wieder mit dem deutschen Orden im Norden, die versuchten Gebiete von Litzau zu erobern. Ja, Jagiello kam dann Witbold zu Hilfe. Und 1410 konnte man gemeinsam dann bei der Schlacht bei Tannenberg die Truppen des deutschen Ordens vernichten, schlagen. Und das sollte dann eigentlich auch der Anfang vom Ende vom deutschen Orden sein. Und über diese Schlacht bei Tannenberg haben wir auch schon in einer anderen Folge etwas hören dürfen. Nämlich in der Folge zu Krieg im Mittelalter. Ah, okay. Ich habe echt jetzt gerade gegrübelt und mir ist es nicht eingefallen. Alles klar. 1413 wurde dann der Unionsvertrag zwischen Polen und Litauen erneuert. Wobei in Polen der Adel eigene Zusammenkünfte zugestanden wurde. Das sogenannte Parlamentar. Wie gesagt, polnisch nicht meine Stärke. Ich hoffe, das spricht man so ungefähr aus. Ein Schritt hin zu der Adelsrepublik, die Polen einmal werden sollte. 1422 kam es dann erneut zum Krieg mit dem deutschen Orden, der erneut siegreich für Polen und Litauen ausging. Durch den Friedensvertrag erhielt Litauen dauerhaft einen Ostseezugang, wen es ja auch bis heute hat. An diesen Krieg anschließend konnte Witbold, der ja die Herrschaftsgewalt im Großfürstentum innehatte, große Gebietsgewinne in Russland erlangen. Er konnte das Fürstentum Raya-san und Tver unter seine Herrschaft bringen. Bei Pleskau scheiterte er aber, beziehungsweise Pskow. Doch nichtsdestotrotz ist klar erkennbar, dass er weiter an dem alten Ziel des Großfürstentums arbeitete, nämlich alle verlorenen Gebiete der alten Kieferus wieder zu vereinen. Und zu dieser Zeit sah es auch so aus, als ob sich Litauen gegen Moskau durchsetzen hätte können und Witbold stand jetzt auf dem Höhepunkt seiner Macht. Der Moskau war in der Defensive, die russischen Fürstentümer noch nicht geeinigt und Litauen mit Polen im Hintergrund war eigentlich jetzt das mächtigste Königreich in ganz Osteuropa. Hm. Und aufgrund dessen wurde Witbold 1430 auch zum König erhoben, zum König von Litauen. Zumindest sollte er das. Denn es kam dann doch ganz anders. Zuerst wurde seine Gesandtschaft durch Polen aufgehalten. Dann verstarb Witbold kinderlos am 27. Oktober 1430. Nachfolger auf den Großfürsten Titel wurde sein jüngerer Bruder, wurde der jüngere Bruder von Jagiello, jetzt wird's schwieriger, mit dem Namen Switrigiello. Und es dauerte nicht lange, bis sich auch die beiden Brüder in die Haare bekamen. Jagiello versuchte Teile von Litauen für das polnische Königreich zu gewinnen. Also von seinem alten Herrschaftsbereich etwas abknapsen, um den neuen anzuhängen. Das fand Switrigiello jetzt nicht so besonders knorke. Er wurde dann aber durch pro-polnische Elemente in Litauen festgesetzt. Und der jüngere Bruder von Witbold, Siegesmund, wurde neuer Großfürst. Und damit geht die große Zeit Litauens auch zu Ende. Also unter Witbold war so die Hochzeit Litauens. Und jetzt gehen wir schon wieder den Berg hinab. Und am 1. Juni 1334 verstarb auch Jagiello, der in Polen übrigens nicht nur, ja, was Karol sagte, sondern Wladislav genannt wurde. Also in Polen wird er Wadislav genannt. Wadislav. Also da ist doch dieses L. Ist das wieder ein L mit Strich? Ja, ja, das ist wieder ein L mit Strich. Wadislav. Wadislav, der zweite Jagiello. Jagiello. Polnische Sprache, schwere Sprache. Ist nicht. Und mit ihm war auch das sogenannte Heldenzeitalter Litauens beendet. Das ist ein häufig durch Litauer verwendetes Attribut und meint vor allem die Zeit während der Herrschaft von Jagiello und Witbold. In den nächsten Jahrzehnten sollte Polen-Litauen immer weiter ins Hintertreffen gegenüber Moskau kommen, die dann auch schlussendlich dann das Erbe der alten Rus antreten konnten. Im Süden formierten sich die Osmanen und insbesondere in dem Gebiet um die Mündung der Moldau gab es von diesen immer mehr Präsenz. Ungarn wiederum im Südwesten sollte bald unter die Herrschaft der Habsburger fallen. Aber Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fee.com slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Im Moment, wenn du aber sagst, denke ich mir so, jetzt. Ja, was meinst du mit jetzt? Naja, das ist so, aber. Und dann kommt nochmal so richtig einer rein. Ja, aber. Die Geschichte Lizauns ist noch nicht vorbei. Sie geht natürlich noch ein paar Jahre weiter. Mit dem Tod von Jagiello folgte sowohl in Polen als auch in Lizaun ein neuer Großwurst bzw. König. In Polen folgte der jüngere Sohn Jagiello Jadoslav, der aber völlig unter dem Einfluss des Regentschaftsrates stand. In Litauen tobte zu der Zeit immer noch ein Bürgerkrieg zwischen Svitrigiello und Sigismund und der damit endete, dass Sigismund ermordet wurde. Aber Svitrigiello, eigentlich im Kampf unterlegen, konnte jetzt nicht einfach den Drohnen beanspruchen. Denn die litauischen Adligen wählten den jüngeren Bruder. Jadoslav ist der Sohn von Jagiello. Und der jüngere Bruder von Jadoslav war Kazimir. Und Kazimir wurde dann zu. Jadoslav war aber 1440 zum König von Ungarn geworden. Mhm. Hatte aber keine de jure Herrschaft über Litauen. Wodurch de facto die Union der beiden Herrschaften eigentlich aufgelöst worden ist. Einzig die Verwandtschaft der beiden Herrschaft verbann sie noch. Also wir haben jetzt Jadoslav in Ungarn und in Polen und Kazimirs in Litauen. Mhm. Doch. Und nicht aber, sondern doch. Jadoslav war kein langes Leben vergönnt. Schon 1444 verstarb er im Kampf gegen die Osmanen bei Varna. Auch sehr interessante Geschichte, der letzte Kreuzzug, der Kreuzzug von Varna. Dadurch zerbrach die Union mit Ungarn und Polen, war mal wieder auf der Suche nach einem neuen König. Da erinnert man sich an den jungen Kazimir in Litauen, dem man dann die Krone anbot. Dieser nahm sie dann auch an und stellte die Personalunion zwischen Polen und Litauen wieder her. Politisch war Kazimir vor allem im Westen unterwegs. Mit Moskau ging er 1449 zumindest einen Vertrag ein, der die Interessenssphäre der beiden Mächte festlegte und damit auch das Ende der litauischen Bestrebung der Expansion nach Osten andeutete. 1466 wiederum konnte er nach 13 Jahren Krieg gegen den deutschen Orden Bestpreußen, die Pomerellen und das Kulmer Land und das Bistum Ärmeland für Polen gewinnen. Der Sohn von Kazimir, Achtung, ja das Love, dass die nicht durcheinander gekommen sind, ey. Mann, Leute, ein bisschen Kreativität, oh Mann. Konnte da in 1471 die Böhmische Krone bekommen, 1490 sogar die Ungarische. Die jetzt Jagiellonen, nicht mehr als Giedemiden bezeichnet, sondern als Jagiellonen, beherrachten also ein riesiges Gebiet von Deutschland und Österreich im Westen bis Moskau, beziehungsweise Russland im Osten, von der Ostsee bis auf den Balkan. Also Litauen, Polen, Böhmen und Ungarn waren jetzt alles in der Hand der Jagiellonen. Mein lieber Schwan, der Sohn übrigens, Wladislav II, der ist mir durchaus ein Begriff, der ist bei den Tschechen, wie soll ich sagen, eher so mittelmäßig beliebt, aber nicht unpopulär. Wladislav Jaglonski wird da genannt. Jetzt hoffe ich mal, dass das der Richtige ist für die ganzen Wladislavs. Ja, ja, schon, naja, also das ist, das war der, ich habe jetzt hier gerade nochmal schnell gegoogelt, der König von Böhmen, Kroatien und Ungarn und Sohn von Kasimir IV. Genau, das ist der Richtige. Aber jede dieser Herrschaften war ja noch alleine, also sei es Ungarn, sei es Böhmen, sei es Polen oder Litauen und jede Herrschaft war auch durch den Adel ein bisschen beschränkt, manche mehr, manche weniger. Und sie waren jetzt nur durch die Könige verbunden und die Verwandtschaft eben. Aber in jedem Land gab es eigene Probleme und mehr oder weniger Herrschaft. Dementsprechend kann man jetzt nicht davon ausgehen, moderne Verhältnisse darauf zu entwickeln. Und keine Ahnung, es gäbe jetzt nur einen Präsidenten für Deutschland, Frankreich, Spanien und England. Das kann man jetzt nicht damit vergleichen. Es war keine Realunion, ganz und gar nicht. Ja. Und das sind alles Gründe, warum die Jagiellonen auch trotz der schieren Größe ihres Reiches nicht nach Belieben die Politik Europas bestimmen konnten. Also allein von der Größe her war das halt gigantisch. Ich meine, es war fast ganz Osteuropa, das sie beherrschten. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass sie halt eine Armee aufstellen und alles platt machen können. Ja, stimmt. Aber die mussten ja jedes Land dazu bringen, Krieg zu führen und dann nicht gegenseitig Krieg zu führen und die Armeen zu verbinden. Und das wäre ein gigantischer Aufwand gewesen. Die Geschicke des Großfürstentums Litauen, zum Beispiel das es ja heute eigentlich geht, wurden in den nächsten Jahren vor allem durch die Einfälle der Krim-Tartaren geprägt. Diese waren mit Moskau verbündet und von dort gab es immer wieder neue Einfälle. Bei einem dieser Abwehrkämpfe gegen die Horde starb dann Kasimir am 7. Juni 1492. Ein wichtiges Jahr 1492. Da der Litauer Adel fürchtete, dass ihr Land nur noch ein Beiwerk zu Polen werden würde, wählte man nach dem Tod Kasimirs nicht den Polen zum König erhobenen Johann Albrecht, sondern dessen Bruder Alexander zum Großfürsten. Alexander wurde durch den Adel verpflichtet. Dass alle Entscheidungen erst durch einen Rat abgesegnet werden konnten, mussten. Und natürlich bekam der Hochadel auch ein Mitspracherecht bei der eigentlichen Gesetzgebungsbestrebung des Großfürsten. Der Großfürst war also ziemlich eingeschränkt in seinem Handeln und versuchte trotzdem zeitgleich dem er starken Moskaus Einheit zu gebieten. Dafür heiratete er die Tochter des Moskauer Fürsten, die Helene. Doch danach griff der moskauwitische Herrscher erst recht direkt in die Belange der Litauer ein. Er behauptete unter anderem, dass seine Tochter, die dem orthodoxen Glauben anhängt, religiös verfolgt wurde. Daraufhin kam es zum offenen Krieg. Doch wie so oft verstarb der Jagiellone mal wieder. Dieses Mal war es Johann Albrecht in Polen und Alexander wurde sein Nachfolger, wodurch die Regierung Litauens dem Großfürstlichen Rat zufiel. Also, ich muss mal kurz fragen jetzt. Also, Alexander ist tot, Alexander ist tot und Johann ist dann nachfolger geworden. Nein, Johann ist tot. Nein, Johann Albrecht in Polen ist tot und Alexander, der eigentliche ehemalige Herrscher von Litzauern, nach Polen und Litzauern, Gott, da komme ich selber durch, dann auch Litzauern, wird jetzt durch einen Rat regiert. Ja, verstehe. Jetzt haben wir es. Dieser Rat musste jedoch die Niederlage gegen Moskau einsehen und dem Friedensvertrag von 1503 Gebiete in der Nähe von Kiew abtreten. Spätestens jetzt war Moskau und Litzauern weit überlegen und sollte auch bald die Nachfolge der Kiewerusse antreten. Das Rennen um das sogenannte Sammeln der russischen Erde hatte Litzauern klar verloren. 1499, vier Jahre vor dieser Niederlage, hatte der Senat Polens und der großfürstliche Rat übrigens bestimmt, dass keiner der beiden ohne Wissen des anderen einen Herrscher wählen durfte. Alexander hatte schon vor seinem Tod seinen jüngeren Bruder Sigismund seinem Nachfolger bestimmt. Und nach seinem Tod von Alexander wurde sein Nachfolger auch bestätigt, wodurch nun Sigismund beide Drohnen inne hatte. Sigismund musste nun in den folgenden Jahren mehrfach die Angriffe Moskaus zurückschlagen und musste schlussendlich 1514 Smolensk verloren geben. Sigismunds Bruder, Achtung, wie heißt er? Vladislav? Ja, ich dachte es mir schon fast. Das war der Vladislav, der in Ungarn und Böhmen herrschte. Achtung, 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 A versuchte, das Siegismut auszunutzen, dass der Thronerbe Ivan IV. ein kleines Kind war und griff Moskau an. Doch, der Angriff der Litauer konnte abgewehrt werden. Die nächsten Jahre mache ich schon mal im Schnelldurchlauf, weil wir sind ja schon aus dem Mittelalter eigentlich raus. Ladislav, 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 Ladislav. Nein. Korrekt, nein. Sie sind aber immer noch sehr interessant. Äh, ja, ich werde mich dabei hauptsächlich auf den Konflikt zwischen Moskau und Russland konzentrieren. Moskau griff 1558 Glifland an, das dem Ansturm der russischen Truppen nichts entgegenzusetzen hatte. 1561 wurden dann die verbliebenen livländischen Besitzungen Lizauns übergeben, wodurch unter anderem Riga und Semgallen im Lizauschen im russischen Staat aufgingen. Aber auch Dänemark und Schweden konnten sich Teile des ehemaligen livländischen Ordens sichern. Dieser Ordensstaat ist übrigens eine sehr interessante Geschichte abseits auch des deutschen Ordens. Aber das ist jetzt wieder Thema für eine eigene Folge und ja. Und wie heißt dieser Orden? Der livländische Orden. Ach, das ist der livländische, ja, Entschuldigung, okay. Doch, Moskau wollte auch noch ein bisschen mehr haben, weil wenn man schon ein bisschen was hat von Lillifland, dann will man mehr haben. Und ja, so kam es dann 1570 zum Krieg und auch dann die Abtretung livländischer Gebiete an Moskau. Doch 1569 war etwas passiert, was weitaus wichtiger war als der Verlust einiger Gebiete im Nordosten. Es war ein gemeinsamer Reichstag einberufen worden, der sich über Wochen hinweg zog. Am 1. Juli 1559 wurde die Union von Lublin verkündet, was in etwa hieß, dass die Personalunion eine Realunion wurde. Also die beiden Herrschaften wurden jetzt zusammengelegt. Von nun an sollten keine zwei Wahlen mehr stattfinden, sondern nur noch eine. Und auch die anderen Belange wurden nun zentral verhandelt und beschlossen. Im Grunde war ein neuer Staat geschaffen geworden, das Land Polen-Lizauen mit einem König an der Spitze. Das Großfürstentum Lizauen war de facto abgeschafft worden. Nur das geltende Recht und das Heer blieb noch in der Hand des jeweiligen Reichsteils. Dieser Schritt war übrigens nicht auf Druck des aktuellen Königs damals Siegesund des 2. August gekommen, sondern durch Druck des polnischen Adels. Dieser sollte die Geschicke Polen-Lizauens in den nächsten Jahrzehnten auch bestimmen. Das habe ich ja schon mehrfach angedeutet. Und am 7. Juli 1572 konnte der Adel noch mehr Macht übernehmen. An diesem Tag verstarb der letzte Jagiellone Siegesmund der 2. August ohne eine Nachfolge. Von nun an war Polen-Lizauen eine Balmonarchie mit einem schwachen König und einem starken Adel. Es konnte sich keine wirkliche Dynastie mehr etablieren auf dem Tholen, der nun von immer abwechselnden Dynastien besetzt wurde. Gerne aus dem Ausland. So folgte auf Siegesmund den 2. August ein König aus dem Hause Valois, also Frankreich, oder ein Vasa aus Schweden, oder ein Vettiner aus Sachsen mit August dem Starken. Aber auch immer wieder lokale Herrscher, der ist auch bekannt, Stefan Bathory, Johann III. Sobieski oder Stanislaus II. August Polnjatovski. Ja, also man sieht ganz viele verschiedene Dynastien. Bathory war hier, was war das nochmal, die Frau war doch. Stefan Bathory halt, ja, wo kommt er her, was macht er hier, Siebenbürgen, König von Polen, Anna Janunica, Elisabeth, genau. Bathory ist vor allen Dingen wichtig wegen der Elisabeth Bathory. Das war die Blutgräfin. Oh, die Blutgräfin. Die Blutgräfin, habe ich das schon mal gehört? Warte mal, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ha, ich glaube, das habe ich in unserem Nachbar Podcast gehört, die neben einem Studio sitzen. Die war ziemlich brutal, die Frau. Ich glaube, die hat irgendwie ständig Helse aufgeschlitzt oder so. Ich würde behaupten, Thema für eine eigene Folge. Eine sehr interessante Frau. Also, ich muss wirklich dazu sagen, ich glaube, bei Zeitsprung gab es da schon mal eine Folge. Ja, 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 mhm. So, der Sobieski, wenn ich mich nicht irre, müsste der sein mit den Husaren. Ist ja so auch schon fast ein Meme-Fall für die Polen, diese Schlügel-Hussaren, was dann, also, Polen setzte sehr gerne auf Kavallerie, was dann dazu führte, dass im Zweiten Weltkrieg Deutschland mit Panzern angriff und die Polen aufhörten. Aber, gut, andere, andere Geschichte. Die litauische Herrschaft jetzt sollte dann in den kommenden Jahrhunderten Stück für Stück unter russische Herrschaft geraten, bis es 1795 ganz unter zaristische Herrschaft gestellt wurde. Und damit verschwand das Großfürsten zum Litauen erstmals von der Landkarte, um dann nach dem Ersten Weltkrieg als litauische Republik in der Gegend um Vilnius und Kaunas wieder aufzutauchen. Zumindest für kurze Zeit, aber ja, hier ist dann unsere Geschichte erst mal beendet. Erst mal durchatmen. Oh, viele Namen, viele Namen, das ist die Krux an einem Audio Medium, Namen und Zahlen, das ist, oh, okay, aber wir können uns eigentlich auf eins einigen, Wadiswav, so, Punkt, Ende, immer, immer ist der dabei, krass, Alter. Ich kann es noch mal ganz kurz zusammenfassen, also wir haben dann die ersten Jahrhundert, das erste Königreich dort, was wir nachvollziehen können, das dann aber im ersten 14. Jahrhundert aufblüht, man sich relativ schnell ausbreitet unter den Gedemiden, eben bis nach Kiew, sich auf die alte Kiewer Russ bezieht. Irgendwann können sie dann auch die Königherrschaft in Polen, in Personalunion übernehmen, um dann das immer enger miteinander zu verschachteln und dann unter den beiden Herrschern Jagiello und Witbold, die dann auch die Dynastie der Jagiellonen gründet, zur Herrschaft, zur größten Zeit der Herrschaft kommen, zur sogenannten Heldenzeit, schwieriger Begriff nennen wir es einfach mal die Blütezeit der Herrschaft Litauen und Polen, dann gibt es dann auch den kurzen Ausgriff auf Böhmen und auf Ungarn, aber dann relativ schnell auch das Zusammenbrechen des Ganzen, oder nicht relativ schnell, aber ab dann bröckelt das Ganze, wird dann im 16. Jahrhundert in eine Realunion umgeformt und dann im 18. Jahrhundert schlussendlich zumindest der litauische Teil durch Russland geschluckt, der polnische Teil sollte noch ein bisschen leben und dann als Kongress holen und so weiter, bis es dann eigentlich vollkommen aufgefressen wird zwischen Deutschland und Russland. Ich habe mir gerade eben bei YouTube so eine Karte angesehen vom Jahre 1000 bis 2013 und da kann man schön sehen, wie die Grenzen sich dann nach unten verschieben, dann Polen mit dazu. Ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man so die Litzauer heute sieht und dann sagen kann, ja Litzauer war mal in der Ukraine, deswegen auch der Folgentitel etwas reißerig. Alter Falter, also ich meine, wow, das nenne ich ja mal wirklich eine Dynastie. Ja, da gab es nicht viel größere, also Habsburger, klar, die hatten es ja überall hingeschafft. Ja, selbst zu den Jagiellonen, selbst da gab es ja dann irgendwie nochmal Verbindungen untereinander, was ja logisch war, weil das ist ja für die Zeit typisch, dass man da versucht, alles irgendwie sich einzuverheiraten und zu irgendwas. Krass, ja. Also das wirklich krasseste sind ja die Carpetinger, die uns bekannt sind als die Valois oder die Bourbonen, das ist auch das älteste Herrschaftsgeschlecht, also das lässt sich ja wirklich ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen im Mannesstamm, ist nicht ausgestorben, hat also Könige von Frankreich natürlich, von Burgund, von Neapel, von Spanien und und und, also auch die Bourbonen, die Valois, wie sie auch immer genannt werden, das sind Carpetinger, die das dann Westfrankenreich nach den Karolingern übernehmen und seitdem halt ununterbrochen dort die Herrschaft stellten. Dann, ja gut, die Hohenzollern waren halt ein bisschen später dran, aber zum Beispiel auch das Haus Hannover war da relativ umtriebig, die Wittelsbacher, Wittelsbacher waren ja auch mal Könige in Schweden beziehungsweise Dänemark und Norwegen waren Könige in Griechenland, wie ich sagte, waren auch Kurfürsten bei Rhein, der Pfalzgraf bei Rhein waren die die Bayern. Wenn man das mal so ein bisschen herunterbricht, gab es gar nicht so viele Adelshäuser, doch sehr häufig dieselben. Starkes Stück. Tja, wie immer, eine amüsante, unterhaltsame Schilderung, die du uns da dargeboten hast. Amüsant weiß ich jetzt nicht. Na doch, schon irgendwie amüsant, schon, weil, also, ja, nee, also ich meine, für die jeweiligen Personen, für die Betreffenden, war es vielleicht mitunter nicht immer so amüsant, das ist klar, aber so aus der Distanz von vielen Jahrhunderten kann ich mal sagen, also da ist schon, also Langeweile hat da nicht geherrscht, also das klingt nicht so und deswegen, also, was ist los? Es hat immer irgendwie, also immer irgendwelche Taktiere rein und alter Falter, das muss doch so müde machen, ach naja, das ist jetzt was anderes, das ist jetzt schon, ja. Sehr schön, dann vielen Dank und ich würde sagen, wir können zum Feedback-Blog kommen. Ja. Wie kann man uns denn erreichen, Karol? Was wäre denn die allereinfachste Variante, wenn man einfach nur den PC anmacht und, ja, was macht man denn dann? Naja, also eigentlich ist ja die allereinfachste Variante, das Telefon in die Hand zu nehmen und die Rufnummer 0351 841-68620 einzutippen, dann drückt man auf Wählen, dann dauert es einen Moment und dann geht eine Anrufbeantworte dran, der nur darauf wartet, dass ihr eine wunderbare Nachricht oder vielleicht auch eine etwas kritischere Nachricht an uns schickt und hinterlasst. Aber natürlich, klar, wir sind im Jahre 2020, da gibt es natürlich andere Wege. Man macht seinen Computer an und öffnet den Browser und dann gibt man meistens in der Browserzeile oben eine Internetadresse ein, einen Domainnamen. Wie lautet der denn, Olli? www.historia-universalis.fm Und so ähnlich lautet auch unsere E-Mail-Adresse und die kann uns mit Gewissheit Elias verraten. Schön, dass ihr da so sicher bist, aber das kriege ich noch gerade so hin. Setz mal noch einen Podcast vorne dran und dann add historia-universalis.fm Also www.podcast.at.historia Jetzt verwirr die Leute nicht mehr. Kleiner Spaß muss sein, Spaß muss sein. Natürlich, klar, hast schon recht, Podcast.at. So, dann für die Älteren unter euch, gibt es natürlich auch noch Facebook. Ich bin der Jüngste und bin der Einzige, der Facebook hat. Nee, Olli hat ja auch. Siehst du? Da sind wir unter dem Händel Geschichtspodcast zu finden oder unter unserem Namen Historia Universalis. Sehr cool. Und ich habe mir sagen lassen, wobei ich da jetzt, ich kann es auch nicht ganz, okay, egal. Ich habe mir sagen lassen, dass auch Heranwachsende, obwohl ich immer dachte, das ist eher so ein Medium für vielleicht so gesetztere Herrschaften, dass auch YouTube irgendwie gerade ziemlich angesagt ist und wirklich da findet man alles. Und man findet natürlich auch unseren eigenen YouTube-Channel. Wie lautet denn der Name unseres YouTube-Channels, Elias? Der wäre Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Genau. Oder wir müssen ganz stolz nochmal sagen, eigentlich ist es YouTube.com slash Historia Universalis. Und dann gibt es natürlich noch ein ganz fortgeschrittenes Medium, was nicht ganz so weit verbreitet ist wie Facebook oder YouTube, aber doch hin und wieder mal benutzt wird, nämlich Twitter. Auch ein weiteres Social-Netzwerk. Und da gibt es ein Handel, das lautet at Geschichtspod. Da könnt ihr uns dann folgen, könnt uns direkt Nachrichten schicken und wir antworten euch dann auch gern. Damit sind wir durch, oder? Jo. Dann fehlt doch nur noch Karol Schlusssatz. Lass uns das mal verabschieden, das ist doch viel besser. Tschüss. Tschüss. Bis denn. Achso, ja, der Schlusssatz. Ohne Geschichte gibt es keine Erinnerung und ohne Erinnerung keine Zukunft. Saja State Saja State Saja regulations Saja Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018